Superseegurke! Ich zeige jetzt den Zuschauern den übelst krassen Trick mit einer Superseegurke, den wahrscheinlich alle schon kennen. Ich kenne ihn nicht. Und zwar, ihr nehmt hier eine Superseegurke, ihr geht hier in Richtung Museum, ihr geht noch an Clint vorbei. Und hinter Clint ist ja dieses abgezäunte Etwas. So, und dann könnt ihr hier reingehen. Dann könnt ihr hier so reingehen. Und hier steht eine Kiste. Und wenn ihr da eine Superseegurke reinpackt... Oh mein Gott! Ich verrate's dir nicht, Butsch. Kann ich das jetzt nicht einfach noch selber machen, oder geht das nur einmal? Nee, das kannst du auch machen. Also jeder kann das einmal machen. Nee, mach ich das doch gleich mal. Aber das Coole ist, dann kannst du in den Titel wieder irgendwas Clickbait-mäßiges schreiben. Superseegurken-Trick. Ja, 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 der ist gut, der ist gut, der ist gut.